Geh entlang, Leute! Es ist Spielzeit! Jeha! Sei bitte vorsichtig mit deiner Kraft! Juhu! Oh nein! Was ist passiert? Was machen wir? Was machen wir? Ist okay. Im Dschungel rumpelt es. Ihr solltet euch beeilen, Team Toolbox. Totsch! Schnell! Gehen wir! Der Riesendonut rollte den ganzen Weg in den Dschungel. Die arme G-Crane trank gerade etwas, als er hochsprang und sich um ihren Hals legte. Und ihr Haken wickelte sich um einen Ast. Sie steckt in jeder Hinsicht fest. Geht sie befreien, Team Toolbox. Ihr müsst euch beeilen, bevor sie zu sehr verzweifelt. Jaha! Fahren macht so Spaß! Oh! Das war knapp! Keine Sorge, Team Toolbox kümmert sich darum. Schauen wir uns das mal an! Unsinn! Ich war sicher, dass das funktionieren würde. So enttäuschen! Halte aus! Wir schocken das nicht alleine! Wir brauchen Hilfe! Es sieht so aus, als würdet ihr Hilfe brauchen. Vielleicht ruft ihr Billdozer und seinen stärkeren Haken an? Anima Bot aktiviert! Anima Pop! Close! Anima Bot Call zu Ecken! Was aber auch noch aufeiert ihr! Guck! Oh! Oh, Guck! Come, Sjong, you're there! Let's him become! Hey! Oh! 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 Nutze deine Kraft! Unaufhaltbar! Großartige Arbeit! Teamarbeit für immer! Danke Kumpel! Du bist der Stärkste! Hä? Hihihi! Tatsch! Dummer Hund! Gemeinsam reparieren! Freunde für immer! Los, los, los! Hm! Oh! Oh! Ja! Ha-ha! Woohoo! Yee-haw! Ha-ha-ha! 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 Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha! Yee-hee! Hallo Team Toolbox! Es gibt einen Notfall in der Gruselhöhle und eure Hilfe wird benötigt! Kommt schnell! Bereit Kumpel? Lass uns zusammen reparieren! Vielen Dank, dass ihr so schnell gekommen seid Team Toolbox! Ein Anima-Car braucht eure Hilfe! Troctal und G-Crane hatten Spaß daran, Drachen in den Bergen steigen zu lassen. Aber es wehte ein sehr starker Wind und Troctals Drachen verlor sich und flog davon! Troctal raste davon und G-Crane folgte ihr! Der Drachen wurde in die Gruselhöhle gesaugt und Troctal fuhr hinterher! Als G-Crane aufholte, war sie zu verängstigt, um hinein zu gehen. Also wartete sie und wartete! Aber Troctal kam nicht wieder heraus! Dann sah G-Crane Troctals Drachen, aber keine Spur von Troctal! Was ist mit ihr passiert? Kannst du sie finden, Johnny? Team Toolbox kommt! Lass uns dieses Anima-Carget-Team! Hab keine Angst! Alles wird gut werden! Hallo? Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei! Geht's dir gut? Halt durch! Halt durch! Hey! Wir sind hier! Oh nein! Er steckt fest! Ich habe eine Idee! Lass uns vor dir verschwinden! Oh? Komm schon! Nichts wie Rats! Du schaffst das! Oh nein! Was ist das hier? Oh, Kumpel! Sieht so aus, als bräuchten wir Hilfe. Richtig? Ich denke, du brauchst einen anderen Plan, Johnny. Warum rufst du nicht Wheelie-Fund an? Seine Stärke könnte nützlich sein. Anima-Bot aktiviert! Anima-Pop, close! Bitte immer um Hilfe, wenn du in Not bist. Okay! Ist doch nicht, Kumpel. Kannst du mir mit etwas helfen? Go! Großartige Arbeit! Team-Arbeit für immer! Bereit, Kumpel? Nimmst du ran! Woohoo! Wow! Woohoo! Wow, was für ein Sprung. Gut gemacht, Team Toolbox. Tolle Teamarbeit. Und jetzt überbringt G-Crain die Neuigkeiten, damit sie sich keine Sorgen mehr um ihre Freundin machen muss. Ja! Was für ein Abenteuer heute. Findest du nicht auch, Totsch? Es ist Spielzeit. Oh! Oh! Mach dich gefasst! Schauen wir uns das mal an. Hallo, Team Toolbox. Ich habe einen Großeinsatz für euch. Kommt so schnell wie möglich nach Hause. Los geht's! Repariere alles! Entschuldigt die Unterbrechung eurer Spielzeit. Aber leider braucht einer eurer Freunde sofort Hilfe. Dracodile war schon immer ein neugieriges Animaka. Er liebt es herumzufahren, die Welt zu erkunden und, naja, neue Freunde kennenzulernen. Aber diesmal scheint es, als wäre seine Neugierde zu groß gewesen, da er offensichtlich ein wenig zu weit gegangen ist. Er steckt jetzt in der Fleischfressen am Pflanzefest. Und kann ich denn kommen? Ihr müsst ihm helfen, Jungs. Was ist das für ein Ort? Hier war ich noch nie. Lass uns hier landen, Totsch! Oh! Sehen wir uns das mal an. Los geht's, Team Toolbox! Oh! Es sitzt fest! Es sitzt fest! Oh! Oh! Ich weiß, wie man das repariert. Anima-Tool gleich Super-Tool. Keine Sorge, großer Junge. Wir holen dich raus. Alles für ein und einer für alle. Ei, Chihuahua! Torch, Posi! Oh nein! Was machen wir? Was machen wir? Torches sind Schwierigkeiten. Ein bisschen Verstärkung wäre hilfreich. Denkst du nicht auch, Johnny? Bitte immer um Hilfe, wenn du in Not bist. Zeit, die Anima-Bot zu benutzen. Anima-Bot aktiviert! Anima-Pop! Close! Uuuuh! Use the devastating BAR ruhig! Oh! Gib alles, Kumpel! Oh, wirklich? Halt er auf! Das sollte funktionieren! Das sollte funktionieren! Ist okay, Kumpel. Oh, das war knapp. Was für ein Abenteuer heute. Findest du nicht auch tot? Gemeinsam reparieren. Freunde für immer. Lass uns einen neuen Trick probieren. Juhu. 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 Oh. Juhu. Komm schon, Torch. Komm, Torch. Wir haben zu arbeiten. Hallo, Team Toolbox. Wir haben ein Problem am Strand. Wheel Elephant steckt in Schwierigkeiten. Er war dabei, eine Sandburg am Strand zu bauen. Juhu. Tja. Mit einer Wasserflug. Du hast ein Problem. Juhu. 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 eingeschlafen und die Flut steigt. Team Toolbox, ihr müsst Wheel Elephant helfen, aufzuwachen. Die Flut ist auf dem Vormarsch. Anima Watch, check. Anima Tool kontrolliert. Bereit für ein bisschen Aktion, Totsch? Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Ja! Los geht's! Großartiger Ort zum Landen! Hm, ich habe eine Idee. Das sollte funktionieren. Juhu! Hm, vielleicht doch nicht so nützlich. Na also! Oh nein! Es ist gefährlich hier oben! Oh! Hä? Totsch! Du warst! Hm! Hm! Hahaha! Zeit, die Anima Watch zu benutzen! Anima Watch aktiviert! Anima Pop, Klaus! Hallo mein Freund, wir brauchen deine Hilfe. Fangen wir an. Lass uns beeilen! Das ist uns unglaublich! Helfen tut nie weh! Hmmmm! 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 Es ist Spielzeit! Sei bitte vorsichtig mit deiner Kraft! Na also! Gut gemacht! Schlag ein Torch! Gemeinsam reparieren! Freunde für immer! Jeha! Juhu! 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 Aha! Willst du einen Rennen packen? Juhu! Los geht's! Oh ja! Hahaha! Was Kippidu! Wir haben zu arbeiten! Danke Kumpel! Torch! Torch! Schnell! Gehen wir! Komm Torch! Wir haben zu arbeiten! Hallo ihr beiden! Wir haben ein Problem bei Martel Rock! Ihr beiden wüsst ja, dass Tructle manchmal unüberlegt handelt. Tructle ist auf der Spitze von Martel Rock und schafft es nicht herunter. Und höchstwahrscheinlich hat er Höhenangst. Anima Watch! Check! Anima Tool kontrolliert! Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Ja! Los geht's! Wir müssen schneller werden! Es ist glitschig! Ich muss aufpassen! Oh ja! Hab keine Angst! Alles wird gut werden! Das sollte funktionieren! Anima Tool gleich Super Tool! So, das ist das Torch! Oh! Oh ja! Oh saftig! Das ist das Torch! Egal! Eine Reise! Keine Sorge! Oh nein! Nein! Oh nein! Oh! 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 Ich habe eine Idee. Lass uns ein paar Freunde rufen. Animabot aktiviert. Animapot, los! Animapot, los, los, los! Wir müssen schneller werden. Schneller! Halte aus! Ich habe eine Idee. Teamarbeit ist die beste Arbeit. Lass uns konzentriert bleiben. Bleib locker. Großarbeit. Thema weiß immer. Team Toolbox, Auftrag ausgeführt. Torch, wir schaukeln. Torch, wir schaukeln. Ja. 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 Los geht's. Bereit, Kumpel? Hä? Ich zittere vor Aufregung. Hm. Vielleicht doch nicht so nützlich. Ja. 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 Sieht so aus, als wäre es hier passiert. Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Komm Torch, wir haben zu arbeiten! Hallo Team Toolbox. Es gibt einen Notfall bei Martell Rock. Duntrox war dabei Steine zu verkleinern, als er in Schwierigkeiten geriet. Er ist auf Treibsand gefahren, aber er ist wirklich schwer und sinkt schnell. Wenn er nicht bald etwas tut, wird er in den Treibsand gesaugt. Du musst ihn finden und überlege dir einen Weg, wie du ihn da rausholen kannst. Und zwar schnell! Anima rutscht! Check! Anima Tool kontrolliert! Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Ja! Los geht's! Lass uns hier landen, Torch! Was ist denn hier passiert? Mit meinen Tools und meinem Schnobber ist nichts unmöglich. Stimmt's, Torch? Aufschule. Oh nein! Was hat denn funktioniert? Oh nein! Es hängt fest! Oh nein! Oh nein! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ah, ich decke fest hier. Ich glaube, wir brauchen dabei etwas Hilfe. Lass uns ein paar Freunde rufen. Anima Bot aktiviert. Anima Bot, close! Bitte immer um Hände, wenn du im Norden bist. Nutz deine Kraft! Wir müssen einen anderen Weg finden, um das Problem zu lösen. Du schaffst das! Das sollte funktionieren. Große Arbeit! Danke, Kumpel. Es ist Spielzeit! Was für ein Abenteuer heute! Findest du nicht auch, Totsch? Totsch! Das ist so lustig! Gemeinsam reparieren. Freunde für immer! Bis sie nicht auf. Schade mit, forecast towards Sie in eine διαstory! Wir machen hier jetzt schon mal es einfach. Los machen! Wenn wir beim